Ich bin 43, ich gehe auf die 60 zu. Guck mal, wie die Jungen hier lachen. Deswegen hat meine Freundin euch zu mir gesagt, Kaya kommt doch mit ihm zum Yoga. Die macht seit zwei, drei Jahren die Yoga. Und ich weiß, wer von euch schon mal Yoga ausprobiert? Eine, zwei... Ach, es war keine Meldung. Zwei Leute, das war's. Zwei Leute, drei, vier, fünf, es war immer mehr. Also, Yoga kann ich euch empfehlen. Es ist nichts für mich, weil das Problem ist, Yoga kommt aus Indien. So, das ist nicht das Problem. Das Problem bin ich. Ich habe einen an der Waffel. Also, ich habe mehrere an der Waffel, aber eine Waffel davon ist, dass ich immer Dialekte, Akzente und Sprachen nachmache, wenn sie quasi vor mir sind. Also, wenn... Jede Yoga-Position hat einen indischen Namen. So, und ich musste mich echt zurückhalten, dass der Inder nicht in mir durchbrach, weil die Yoga-Lehrerin sagte, so, jetzt machen wir Uttanasana. Und ich... Meine Freundin guckt mich an. Nicht... Jetzt nicht den Inder. Ja, Kaya, aber du bist kein Inder. Halt die Fresse, alles klar, gut. Dann kam die zweite Position. Jetzt machen wir... Schawamana! Schawamana! Leute, schaut mich schon böse an, aber sahen sehr lustig dabei aus, weil die waren in ihrer Yoga-Position. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn der Yoga... Was macht der denn hier, der Komiker? Der Aufmeter Scheiß. Und beim dritten Wort hat's mich komplett zerrissen. Das war halt so ein langes Wort. Jetzt machen wir ja Adho Muca Vispassanoac. 지charge be 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 be